Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von RISE. Wir sollen ja hier jetzt diese Anlandungsketten runterlassen, zerstören oder wie auch immer. Und wir begeben uns dann einfach mal auf den Weg. Was sollen wir machen? Das? Okay. Bin ich mal gespannt, wozu das gut war. Senke die Hafenkette ab, genau. Gut. Ich schau mal, dass ich vielleicht... Ja, okay. Gut, nur dachte ich... Da kommt er schon. Scheiße. Gut, Spera haben wir also nicht mehr. Kommt schon, runter. Geht nicht. Ich hab gedacht, dass das geht. Verdammt. Gut, dann müssen wir es erstmal so machen. Autsch. Autsch. So, Hinrichtung und EP. Komm. Damit wir hier eine volle Lebensspalte haben. Und der Römer guckt wieder nur zu. Und das hasse ich ja, ne? Also das darf nicht sein. Guck mal, wir schaffen es auch allein. Um Gott, das Willen. Ja, ich bin ja ein guter. Schön. Schlitzi, Schlitzi. Komm schon. Zack. Und wir wollen aber jetzt auch die EP. Okay. Genau. Genau. Auf geht's. Oh, oh. Irgendwie wusste ich, dass das nicht gut geht. Boah, den hat's aber auch erwischt. Blink-Shift, um Pfeilen auszuweichen. Dies ist deine beste Option gegen Pfeile. Oh, hä? Autsch. Mit Space kannst du auch Pfeile abwehren. Na, super. Probieren wir mal. Okay. Hab ich gemacht. Ich hab jetzt bloß gedacht, hier sind noch irgendwo vielleicht Speere. Hätte was gehabt. Gut. Ist nicht. Ich geh hier mal ein bisschen in Deckung. Die kommen schon mal runter. Na denn. Das können wir am besten schnetzeln. Hat er mich dran gehindert? Ich wollte ausholen. Gut, dann machen wir's so. Und komm. Zack. Und voll sind wir wieder. Und weiter geht's. Wir haben noch ein paar Männer zu retten. Natürlich. Oh, 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 oh. Nur komm, komm ich hier runter? Jawohl, komm ich. Zack. Schön aufgeschlitzt. Und jetzt wieder Action. Komm, gib Kante. Gib Schubrakete. Ich glaube, hier hat man wirklich nur die Videosequenzen. Um sich etwas auszuruhen und entspannen zu können. Komm schon, dich müssen wir auch noch schaffen. Jawohl. Ansonsten pure Action. Und schaffen wir dich auch noch? Jawohl. Super. Eih. Da wird da. So will man nicht sterben. Boah. Und wir übernehmen. Komm, das rei... Eih. Da hebt er den da völlig aus. Oh, und da haben wir es nochmal. Zack. Und zack. Und komm, wir müssten... Ich möchte gerne alle drei schaffen. Jawohl. Das ist ja eine richtige Kampfsau. Eine Kampfmaschine. Die, wie wir die hier alle niedermachen, das geht gar nicht. So, sind hier irgendwo... Ich habe einen Speer. Sieht man hier irgendwo Speere liegen? Nein. Gut, dann muss es so gehen. Und dann muss es so gehen. Boah. So, da hinten sind Speere. Oh, 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 oh. Kann man die erreichen? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Dann halt auf diese Art. Och, die dupen sich auch noch. Geht gar nicht. Jetzt dukt der sich. Jawohl. Kommt der auch noch hoch? Der kommt jetzt hoch. Man muss sich bei diesen Tastenkombinationen, die man hier ja machen muss, teilweise ganz schön konzentrieren. Das ist wirklich Wahnsinn. Oh, 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 oh. Da muss ich aufpassen, dass das nicht zu dolle wird. Nein, nein, nein. Das geht nicht gut. Das geht auf Dauer nicht gut. Da muss man das ein bisschen besser abpassen. So, zum Beispiel. Oh, nein. Oh, 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 oh. So, Speere. Leute, wir brauchen Speere. Wir brauchen einfach Speere. Ich könnte natürlich jetzt auch ranlaufen, aber das mache ich nicht. Ich gucke hier nochmal. Hm. Ich habe eine Zeit lang immer gedacht, man kann jetzt zum Beispiel denen auch irgendwie sagen, wo sie hin sollen. Hallo? Ich glaube, da hinten ist nochmal was. So, ich laufe da mal rüber. Wow. Wo kommt der denn nun noch her? So, jetzt brauche ich aber Leben. Leben kriegen wir. Komm schon. Jawohl. Komm schon. Die nehmen wir. Hier sind nochmal Speere, die nehmen wir uns auch mit. Ja, wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir sind ja im Angriff. Von daher, ausstatten. Hier ist auch noch einer. Und ich glaube, wir sollten jetzt vom Inventar her voll sein. So, geht's hier hoch? Hm. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm schon, wir müssen das hier, ich glaube, ja, E. Einnehmen. Zu mir, Formation. Äh. Space gedrückt halten. Ah, okay. Unsere gute Formation hier. Komm schon. Genau. Und weiter geht's. Vorrücken. Super. Und wieder Deckung. Wunderbar. Weiter geht's. Ich denke mal noch ein, zweimal. Und Deckung. Und jetzt haben wir sie, oder? Jawoll. Auf geht's. Sind da welche? Bogenschützen? Ach, du ahnst es nicht. Wie viele kommen denn da noch? Oh Mann. Na, dann gehen wir mal. Hier sind auf jeden Fall noch Speere. Brauche ich natürlich erstmal nicht. Okay. Komm schon. Gut. Den haben wir. Ich fülle vorher nochmal auf. Ja, gut. Hab ich doch. Ach, du ahnst es nicht. Jawoll. So wollen wir das. So ist das gut. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Beeilen müssen wir uns. Oh, 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 oh. Das haben wir gut hingekriegt. Das haben wir gut hingekriegt. Den hab ich erst gar nicht kommen sehen. Macht aber nichts. Da ist ja noch einer. Oh Gott. Gut, den kriegen wir trotzdem noch so. Sag mal, verfehle ich den hier ständig oder was? Zack, zack. Wie gesagt, mit der Ansicht hab ich noch so ein bisschen Probleme. Jetzt wird es Zeit. Dafür. Komm schon, wir müssen so viel wie möglich. So viel wie möglich. Und diese Hinrichtungen dauern manchmal schon zu lange. Er geht aber auch mit denen. Und oben auch nochmal. Und da kommen wieder welche. So haben wir es. Nee, da ist noch einer. So. Und ich will Leben haben. Dass ich zumindest wieder voll bin. War hier noch einer? Nein. Okay. Also ganz nebenbei nochmal gesagt. Ein bisschen Probleme habe ich mit der Ansicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gucke immer ein bisschen falsch. Ein bisschen weit weg oder so. Bitte entschuldigt das. Aber ich bin so... Also ich stehe so unter Adrenalin hier. Während das Spiel ist, weil ich voll drinnen stecke. Ist hammergeil bisher. Auch grafisch. Was das Spiel da anbieten tut. Klasse. Achtung, Männer! Ein mutiger Mann. Durchlebt den Tod. Einmal. Feuglinge. Immer wieder. Jetzt haben wir das Blut. Dieser verbaren vergossen. Wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Und los! Vorwärts! Meine Güter! Meine Güter! Verräts wir. Bei mir los. Leider! Wer ist jeb? Wer velapja? So, F, komm, wir müssen ja hier auch mal... Oh, 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 alter Schwede. Sammel deine Männer und nimm den Strand ein, jawohl, komm, alter, den fehlten Arm. Guckt euch das an. So, komm, komm, Junge, sammel dich. Jawohl, und jetzt geht's los. Ach Gott, wer bist du denn? Willst du hier auch noch was irgendwie... Tja, du glaubst auch, du kannst mich irgendwie von abhalten, diesen Strand einzunehmen, oder? Komm, 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 da wollte ich hin, da... Nein! Nein! Jawohl. Und da hatte ich doch den Kapuzenmenschen. Zack! Arm ab! Das kann doch wohl nicht wahr sein. So widerspenstig. So, komm. Alter, Vater. Zack! Also, das ist wirklich nichts für schwache Gemüter hier. Zacki, zacki, komm schon. Also, diese Slowmotion sind schon nicht schlecht. Aber wenn man hier gerade so einen Move zu laufen hat, dann könnte das meines Erachtens noch etwas schneller gehen. So, komm, greifen wir uns hier einfach nochmal ein. Jawohl, komm. Tja, da willst du doch wohl nicht. Du willst mir doch wohl nicht wirklich hier irgendein... Ich wollte gerade schon sagen, der sah ein bisschen größer aus, oder anders bemalt, aber gut. Es scheint nicht irgendein... So, dann machen wir es doch. Komm, Randa! Und E. So, dann gehen wir wieder wie gewohnt vor. Sehr schön. Und weiter. Und jetzt. Und jetzt. Drücke links gedrückt um die Formation. Aha. Okay. Ach so, man hätte jetzt eventuell nach rechts und links gehen können, oder wie? Das probiere ich jetzt mal aus. Oh, 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 oh. Na, kommt schon. So viele sind es ja nicht mehr. Jawohl. Feuer. Und weiter geht's. Och. Auf geht's. Ein Fall für Speere hier wieder. Hier liegen so viele Speere. Oh, 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 oh. Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre. Linie bilden. Kommt schon, Männer. Nehmen wir diese feste ein. Los, los, los. Wir sind in Position. Hochschiff. Fast auf. Gut. Wir werden hier eine kleine Pause machen. Eine ganz schnelle Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich denke mal, hier geht's gleich mal wieder ordentlich zur Sache. Also, wir sehen uns gleich. Bis dahin. Tschüss. Autsch. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja.